Oh nein, auch das noch. Deine Produktionsanlage kann nicht auf ein anderes Produkt umgestellt werden, weil derjenige, der das normalerweise macht, krank ist. Auf die Schnelle weißt du nicht, wer das sonst noch kann. Mit AG 5. Krankmeldung? Entspann dich. Du gibst den Namen des kranken Mitarbeiters in AG 5 ein und schon erscheinen alle Kollegen auf dem Bildschirm, die sich am besten als Stellvertreter eignen. Der Umstieg auf AG 5 ist ein Kinderspiel und in einem Tag geschafft. Sichere dir die Vorteile des einzigen Plug-and-Play-Skill-Management-Systems. Fordere gleich heute eine Online-Demo an. ag5.com